Ja, im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Gewalttaten von links verringert und die von rechts erhöht. Im Vergleich zum Vorjahr, ob das jetzt ausreicht für einen allgemeinen Trend oder ob das nächstes Jahr wieder genau andersrum aussieht und sich insgesamt einfach die Waage hält. Diese Annahme kann man treffen, aber die macht halt nur in Fällen, wo Leib und Leben in Gefahr sind. Dann, naja, haben wir ein relativ deutliches Bild, was die größte Gefahr für die demokratische Grundordnung darstellt. Und das ist weder der Links- noch der Rechtsextremismus. Das ist der Islamismus. Aber mit diesem Fakt kann man schlecht politisch agitieren gegen die AfD.